Willkommen zu meinem ersten Let's Play. Es ist, wie manche vielleicht schön sehen, Let's Play Guild Wars. Es ist mein erstes Let's Play, deshalb bitte ich um konstruktive Kritik, falls ihr irgendwas zu melden habt. Ja, dieses Video hat eigentlich noch nichts mit dem Inhalt zu tun, der nachher kommt. Und über die Let's Play Reihe, es ist eigentlich ein Intro Video, also ich, ja, um die Freppseinstellungen zu testen und all das Zeugs.